Wie viele Fußnoten brauchen Sie in Ihrem Dokument und wo platzieren Sie die? In vielen Leitfäden von Lehrkräften steht zwar drin, wie die Fußnote an sich aussehen soll und wie der Eintrag im Literaturverzeichnis aussieht, aber da steht relativ wenig über die Häufigkeit und die Position von den Fußnoten. Und da kommt jetzt dieses Video hier ins Spiel. Ich habe hier ein Word-Dokument, in dem ich Ihnen die Beispiele zeigen werde, an denen ich festmache, wie man üblicherweise mit Fußnoten umgeht. Und falls Ihre Lehrkraft im Leitfaden was anderes dazu sagt, dann gerne, das kann Sie. Ich zeige hier die Sachen, wie es häufig, wie es üblicherweise gemacht wird. Und ich fülle quasi die Lücke von dem, was im Leitfaden nicht gesagt wird. Sie können sich dieses Word-Dokument runterladen, wenn Sie die Videobeschreibung aufklappen, direkt unterhalb vom Video. Und Sie können in der Videobeschreibung dann auch meinen Inhalt zur Zeilen wiederfinden, mit den Zeitmarken, wo Sie draufklicken können. Und Sie können dann einfach an die Stelle springen, die Sie interessiert, weil das hier wird wahrscheinlich wieder so ein 50-Minuten-Monstrum an Video. Und das muss niemand im Ganzen irgendwie angucken. Also der Kanal ist eh nicht monetarisiert, von daher was soll's. Was ist der Inhalt von dem Video? Wir gucken uns kurz an, worum es nicht geht. Ich will das ein bisschen abgrenzen. Und danach geht es um ein paar Grundlagen, die wir für alles weitere brauchen. Dann geht es lange um indirekte Zitate, weil das die häufigere Art und Weise ist, wie Sie zitieren. Dann noch um die direkten Zitate schon auch noch. Und dann um die Abbildung und die Tabellen, wie man da die Fußnoten setzt, ob man da überhaupt die Fußnoten setzt. Und zum Schluss habe ich nochmal ein paar gängige Word-Probleme, weil ich besonders da in Microsoft Word wirklich mittlerweile so viele verschiedene kleine Fehler gesehen habe und wie man die halt leicht behebt. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie klicken müssen, wenn Sie diese Probleme haben, dann werden Sie ewig und drei Tage damit zubringen und fluchen. Aber wenn Sie es halt wissen, wenn Sie es einmal gesehen haben oder es nachschlagen können, dann ist es normal in ein, zwei Minuten erledigt. Okay, starten wir. Also, es geht heute ausdrücklich nicht um einzelne Zitierstile. Es ist völlig egal, ob Ihre Fußnote knallevoll ist oder nicht. Es ist egal, ob da ein Punkt am Ende Ihrer Fußnote ist oder nicht. Alles, was ich sage, geht ja um die Position der Fußnoten und um die Häufigkeit von denen. Und die ist, egal bei welchem Fußnotenstil, die gleiche. Genauso geht es heute nicht um die Verwendung von Zitiersoftware. Also, ich bin ein großer Fan von Citavi, EndNote und so weiter. Nehmen Sie die, die nehmen Ihnen viel Arbeit ab, diese Softwares. Aber jedes Mal, wenn Sie so eine Software benutzen, müssen ja immer noch Sie die individuelle Zitation anstoßen. Also, Sie müssen sagen, hey, mach jetzt mal eine Fußnote. Das heißt, diese Entscheidung, wann und wo und wie viele Fußnoten Sie setzen, die wird Ihnen hier nicht abgenommen. Grundlagen von allem, was jetzt im Weiteren kommt, sind, okay, die ganzen Fußnoten, die ich jetzt eigentlich habe. Wie kann ich die eigentlich in Word formatieren? Wie kann ich deren Aussehen ändern? Und Sie hören da oft, dass man da die Formatvorlage Fußnotentext anpassen soll. Das ist soweit auch richtig. Aber ich möchte davor da noch was ergänzen. Bitte passen Sie erst die Formatvorlage Standard an. Falls Sie jetzt gerade eben überhaupt nicht wissen, was Formatvorlagen sind, die habe ich in meinem Schnellkurs Microsoft Word erklärt. Falls Sie dieses Word-Dokument hier sich runtergeladen haben, können Sie jetzt auch sagen, rechtsklick, Hyperlink öffnen. Dann öffnet sich dieses Video nochmal. Formatvorlagen sind im Wesentlichen hier oben zu sehen, zumindest die ersten paar. Und wenn Sie hier draufklicken, dann werden alle Formatvorlagen ausgeklappt. Hier sind mehr oder weniger alle Formatvorlagen drin. Wenn Sie alle sehen möchten, dann gehen Sie auf Optionen und wählen da alle Formatvorlagen in alphabetischer Reihenfolge aus. Okay. Und da drin haben wir eben bei S den Standard dann und bei F den Fußnotentext. Und warum sollen Sie jetzt erst den Standard einstellen, wenn Sie doch die Fußnoten anpassen wollen? Weil der Standard so eine Art Grundstein legt für Ihr komplettes Dokument. Alles, was der hat, setzt oft die Einstellung von anderen Formatvorlagen. Wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Dokument Arial haben, Arial 11, und das ist Ihr Standard, und Sie stellen das jetzt um auf Times New Roman 12, dann werden sich sehr viele Dinge in Ihrem Dokument ändern, auch wenn die nicht mal der Standard sind. Weil die ganzen Überschriften und die Fußnoten und so weiter alle auf den Standard schielen und die Änderungen großteils mitmachen. Das heißt, Sie stellen erst den Standard ein und alles, was jetzt noch nicht passt, erst da gehen Sie tatsächlich in den Fußnotentext rein. Der Fußnotentext sagt, ich bin wie der Standard, aber ein bisschen kleiner. Und deswegen können Sie bei dem dann noch einstellen, okay, um wie viel kleiner muss er jetzt genau sein, soll vielleicht der Abstand vor oder nach den Fußnoten kleiner werden. Üblicherweise haben Sie da gar keinen Abstand und einzeilen Abstand. Wie man das macht, das zeige ich noch am Ende ein bisschen mit den Word-Problemen, wenn Sie das Problem haben, dass Ihre Fußnoten zu viel Platz einnehmen. Und wie gesagt, wie man mit Formatvorlagen umgeht, auch noch mal im Schnellkurs wird. Klappen wir das hier wieder zu und schauen uns noch eine andere Grundlage an, nämlich was ist eigentlich ein indirektes und ein direktes Zitat. Das machen wir ganz schnell. Das wissen Sie wahrscheinlich. Wir haben ein indirektes Zitat, bei dem wir nur den Inhalt übernehmen, aber nicht den Wortlaut. Dabei sehen wir keine Anführungszeichen und wir haben in der Fußnote üblicherweise so ein Vergleiche vorne dran. Also VGL Punkt Leerzeichen. Im Vergleich dazu hat ein direktes Zitat oder ein wörtliches Zitat diese Anführungszeichen um den Teil, der wörtlich zitiert wird und in der Fußnote haben wir dafür dann kein Vergleiche. Das ist im Endeffekt der Unterschied. Das wörtliche Zitat hat im Text ein bisschen mehr diese Anführungszeichen und das indirekte Zitat hat in der Fußnote ein bisschen mehr dieses Vergleiche. Gucken Sie mal die Fußnote hier jetzt an, weil es geht ja speziell um die Fußnotenposition. Die ist hier hinter dem Punkt und die ist hier hinter dem Punkt und hinter den Anführungszeichen oben. Und das können Sie sich jetzt schon merken, das wird sich wie ein roter Faden durchziehen. Die Fußnote ist immer hinter allen anderen Satzzeichen. Die ist wie das Absignieren von dem Satz, die steht als allerallerletztes. Können Sie sich leicht merken. So, dann, wie viele Fußnoten brauchen wir pro Seite im Durchschnitt? Das ist eine Frage, die ich relativ häufig gestellt bekomme. Und darauf gibt es keine leichte Antwort, weil es keine richtige Antwort gibt. Aber ich kann Ihnen trotzdem ein paar nützliche Sachen sagen. Erstmal, wo sind Sie jetzt gerade eben? Sind Sie in Ihrem theoretischen Fundament oder sind Sie in Ihrem eigenen Teil, wo Sie auf dieses theoretische Fundament dann schon aufbauen? Normalerweise ist so ungefähr die erste Hälfte das theoretische Fundament und die zweite Hälfte ist dann so der eigene Teil der Arbeit. Wenn Sie in dem eigenen Teil Ihrer Arbeit sind, in Kapitel 4, 5, 6, dann werden Sie relativ wenige Fußnoten haben, je nachdem, was Sie für eine Art von Arbeit schreiben, weil Sie ja sich nicht mehr auf andere beziehen, sondern selber jetzt einen eigenen Mehrwert leisten. Und im theoretischen Fundament, da haben Sie entsprechend viele Fußnoten, weil dann natürlich die ganzen Wissenschaftler, auf die Sie aufbauen, zu Wort kommen müssen. Das heißt, daraus jetzt einen Durchschnitt zu bilden und zu sagen, ja, Sie brauchen im Schnitt drei Fußnoten pro Seite, das ist Schwachsinn. Das bringt Ihnen gar nichts. Im theoretischen Fundament ist der Löwenanteil von allen Ihren Fußnoten normalerweise. Okay, aber wie viel brauche ich denn da dann im Durchschnitt? Wie sollte ich da vorgehen? Und deshalb geht es davon ab, wie viel Konsens in Ihrer Fachrichtung da gerade eben ist. Wenn Sie zum Beispiel jetzt ein Modell verwenden in Ihrer Arbeit, ein wissenschaftliches Modell, und das ist so durchgesetzt, das ist so unkontrovers, dass es neben dem Modell A, das Sie jetzt verwenden wollen, gar kein Modell B gibt und kein Modell C, dann müssen Sie relativ wenig zitieren. Sie nennen den Begründer von dem Modell A, Sie nennen die ein, zwei Personen, die im Laufe der Jahre noch da sinnvolle Ergänzungen geliefert haben und das war es im Wesentlichen. Das wäre, wenn es keine nennenswerten, konkurrierenden Ansichten gibt, dann haben Sie eher wenig Fußnoten. Und wenn es jetzt aber neben dem Modell A doch ein Modell B und ein Modell C gibt und die Wissenschaftler prügeln sich in ihren Papers, was jetzt hier richtig ist und was wann wie angewandt werden soll und ob das überhaupt Sinn gibt, dann müssen Sie auf einmal drei konkurrierende Denkströmungen bringen bei drei verschiedenen Modellen und haben dreimal so viele Fußnoten, weil dreimal so viele Leute sprechen. Eher vielleicht sogar noch mehr, weil diese Diskussion dann mehr Platz einnimmt, als wenn man einfach nur eine Sache runterrattert. Von daher, nehmen Sie hier überhaupt keine Nummer sich als Ziel, wie viele Fußnoten Sie haben wollen. Nehmen Sie vielmehr die folgende Sache als Ziel. Ich will versuchen, dass alle relevanten Personen, alle relevanten Ansichten zu meinem Thema zu Wort kommen. Und wenn Sie das gewährleisten, dann haben Sie ausreichend Fußnoten. Eine Folgefrage davon ist oft, darf ich dann die gleiche Quelle mehrfach hintereinander zitieren, wenn Sie jetzt gerade irgendwo sind und Sie erklären Modell A und jetzt brauchen Sie über einen längeren Zeitraum immer wieder den gleichen Autor. Darf man da jetzt so etwas wie hier machen? Also diese Fußnoten, die im Wesentlichen die gleiche Quelle haben, vielleicht sogar die gleiche Seite. Ja, dürfen Sie auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem. Sie dürfen das gerne machen. Bitte probieren Sie dann auch nicht, nur weil jetzt hier von da zu da und auch zu der nächsten die Inhalte nicht wechseln, jetzt irgendwie die gleiche Ziffer noch mal zu erzeugen in Word. Das ist nicht vorgesehen. Jede Fußnote hat eine neue Hochzahl und ist unten auch separat da. Es kann nicht sein, dass Sie im Text dreimal jetzt die 3 haben, die kleine, und die dann auf die gleiche Fußnote dreimal verweist. Das passiert nicht. Es gibt diese numerischen Zitierstile, bei denen das Literaturverzeichnis nummeriert ist und jede Nummer im Text verweist dann auf einen einzelnen Eintrag. Das gibt es. Aber da haben wir ja dann keine Fußnoten. Wir sprechen hier ja gerade von Fußnotenstilen, wo am Ende von jeder Seite eine Fußnote ist und die werden immer fortgezählt, egal ob der Inhalt der gleiche bleibt oder nicht. Von daher lassen Sie einfach die Voreinstellung von Word, das passt schon so. Und was hier auch noch oft dann gefragt wird, hat im Prinzip jetzt wenig mit Häufigkeit oder Position von Fußnoten zu tun, aber dieses Ebenda oder dieses Ibidem, das gibt es bei einigen Fußnoten-Zitierstilen, aber das gibt es lange nicht bei allen. Wenn Ihr Zitierstil sagt, dass Sie so etwas machen sollen, dann sieht es üblicherweise so aus, dass man da dieses Ebenda schreibt, wenn es die gleiche Quelle ist, aber eine andere Seitenzahl. Und wenn es sogar die gleiche Seitenzahl ist, von hier zu hier ist es ja genau gleich, dann macht man nur noch dieses Ebenda. Wenn Ihr Zitierstil das möchte, dann wunderbar, dann machen Sie es so. Aber falls Sie das nirgendwo sehen, dann ist es bei Ihnen keine Vorgabe. Und ich persönlich finde, dass es gerade hier bei so einem kurzen Zitierstil eigentlich keinen großen Mehrwert bietet. Das Einzige, was ich jetzt hier gerade eben gemacht habe, ist, dass ich meinem Leser sage, Edge hier steht nichts, Edge hier steht auch nichts, guck noch höher, Edge hier steht auch nichts. Hier finde ich jetzt mal raus, okay, wir zitieren gerade diesen ominösen Guter. Von daher, da bringt es recht wenig. Ich mache es jetzt nochmal rückgängig, mit STRG Z. Dieses Ebenda, oder Ibidem auf Latein, das ist das Gleiche. Das Ebenda hat aber seine Berechtigung bei Fußnotenstilen, die sehr lang sind, die öfter mal über zwei, vielleicht sogar drei Zeilen gehen, pro Fußnote. Da spart es dann tatsächlich erheblich Platz und da kann man das dann gerne machen. Okay. So, das waren die Grundlagen und wir kommen jetzt in den großen Block indirekte Zitate. Und da möchte ich starten mit einer Faustregel, die ich jetzt so für mich formuliert habe, aber die hoffentlich alles, was danach folgt, die ganzen verschiedenen Fälle, die hier jetzt kommen und die Sie einschüchtern könnten, ein bisschen vereinfacht. Weil es sind immer wieder die gleichen Grundregeln, die wir hier jetzt gleich sehen werden. Und die habe ich hier in dieser Faustregel mal aufgeschrieben. Und die lautet, in einem guten Text ist dem Leser jederzeit klar, welche Fußnote zu welcher Behauptung im Text gehört. Das ist elementar, da können Sie nicht dran rütteln. Das muss klar sein, was wird hier gerade belegt und was nicht. Und dann ergänzend, die Anzahl der Fußnoten darf reduziert werden, solange diese Klarheit weiter gewährleistet wird. Also Sie können dann auch mal weniger Fußnoten haben, wenn Sie mögen, solange immer noch klar ist, wer hier gerade wo spricht. Sobald Sie da schwammig werden, haben Sie zu viele Fußnoten weggenommen, zu wenig hier übrig gelassen und dann müssen Sie wieder nachbessern. Wenn wir uns diese Faustregel jetzt merken, ich klappe sie noch mal kurz aus, dann werden wir die in jeder einzelnen Konstellation jetzt im Folgenden wiederfinden. Fangen wir an mit dem ganz normalen oder mit dem einfachsten indirekten Zitat, nämlich wir haben einen einzigen Satz, in dem wird eine einzige Behauptung gemacht und wir haben für die ganze Sache eine einzige Quelle. Das ist der leichteste Fall und da haben Sie normal auch noch keine Frage. So, hier mal aufgeklappt. Also die Aussage wäre, wir haben den Titan und der ist der größte Mond des Planeten Saturn. Das sei die Aussage, die Sie zitieren. Und belegt wird es mit diesem wieder ominösen Guter von 2021, Seite 5. Wir haben hier ein Vergleiche, VGL.Lehrzeichen, weil es ein indirektes Zitat ist, wir zitieren nicht den Wortlaut, sondern den Inhalt. Also der hat es in seinem eigenen Buch dann anders formuliert wohl. Und die Fußnote, die ist hier am Ende des Satzes so wie immer hinter allen anderen Zeichen, in dem Fall hinter dem Punkt. Das hier ist die Baseline, der einfachste Fall. Und von dem aus schauen wir uns jetzt die anderen an. Im nächsten Fall hätten wir zum Beispiel einen Satz, immer noch eine Behauptung, aber wir hätten jetzt zwei Quellen dafür. Also diese Behauptung, dass Titan der größte Mond des Planeten Saturn sei, die übrigens stimmt, die haben wir jetzt hier unten in zwei Quellen drin. Wie sieht das dann aus? Und hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können zum einen sagen, okay, wir machen jetzt zwei Fußnoten. Klappen wir das hier mal noch kurz zu, damit wir uns auf das konzentrieren. Wenn wir zwei Fußnoten machen, dann haben wir, zoome ich mir mal rein, dann haben wir hier eine Eins, ein Komma und dann direkt die Zwei. Also wir haben hier nicht noch irgendwie ein Leerzeichen mit drin, üblicherweise, sondern direkt die beiden Fußnoten aneinander. Und jede Fußnote verweist dann ganz normal auf ihre eigene Quelle. In diesem Fall wieder auf diesen Guter und dann noch auf einen Besser. Wenn Sie so was machen, dann haben Sie oft das Problem, dass wenn Sie die Fußnote erzeugen, dass das Komma gar nicht so schön hier oben ist, sondern da ist erstmal gar kein Komma. Also Sie setzen zwei Fußnoten in Word, hier oben bei Verweise und Fußnote einfügen. Und dann steht erstmal, statt einer Eins und einer Zwei, steht dann eine Zwölf und Sie denken sich, okay, Mist. Und dann setzen Sie dieses Komma da rein und statt, dass es so wie bei mir jetzt hier gerade auftaucht, sieht es normalerweise erstmal so aus, weil ich hatte es schon umgestellt. So soll es ja nicht sein, das Komma soll schön oben sein. Und wie kriegen Sie das da hoch? Naja, so wie ich hier gerade eben das bei diesen Einstellungen bei Fett und Kursiv gefunden habe, da können Sie es auch finden. Dieses Hochgestellt-Zeichen ermöglicht Ihnen, dass Sie das Komma auch hochschubsen zu den Fußnoten und dann sind die da oben. Okay, wunderbar. Summen wir mal wieder raus auf das vorherige Maß. Wenn wir jetzt also diese beiden Fußnoten haben, dann stehen die auch wieder nach dem Punkt, ganz normal. Und beide Fußnoten beziehen sich eben auf die jeweilige Hochziffer. Da ist eigentlich nichts Besonderes. Die andere Variante, was wir jetzt hier machen könnten, ist, wir könnten sagen, okay, ich will hier eigentlich nur eine Fußnote machen und in die will ich beide Quellen reinpacken. Dann haben wir entsprechend natürlich oben nur eine Fußnote. Das heißt, oben macht es es ein bisschen einfacher. Wir haben nicht diese Komma-Geschichte in alles, aber wir müssen es halt unten irgendwie deklarieren, wo der eine anfängt und wo der andere aufhört. Und das macht man üblicherweise mit einem Semikolon, also einem Strichpunkt und einem Leerzeichen. Also zwischen den beiden Quellen steht Strichpunkt, Leerzeichen. Wenn wir jetzt also dieses indirekte Zitat auch noch haben, dann haben wir dieses Vergleiche mit dabei. Muss man das jetzt doppelt schreiben? Nö, Sie brauchen das nur einmal, das gilt dann für beide Sachen hierhin. Weil es kann ja nicht sein, dass Sie gerade eben den einen indirekt zitieren und den anderen direkt. Von daher, das Vergleiche gilt automatisch für beide. Okay, das sind Ihre beiden Möglichkeiten, was Sie machen können, wenn Sie zwei Quellen für die gleiche Sache haben. Gucken wir uns im nächsten Schritt mal an, was wir machen, wenn wir einen Satz haben. Und da sind jetzt zwei verschiedene Behauptungen drinne und wir haben zwei Quellen. Jede von diesen beiden Quellen würde eine von diesen beiden Behauptungen dann belegen. Wie sieht das aus? Wir haben jetzt hier einen, ich habe den Satz hier einmal mit einem und formuliert und dann hier unten noch mal den gleichen mit einem Komma. Konzentrieren wir uns mal auf den hier oben. Wenn Sie einen Satz haben und der hat mehr als eine Behauptung, so wie hier jetzt, der Titan, der ist wohl der größte Mond des Planeten Saturn, das stimmt auch, und der beherbergt wohl flüssige Methan sehen, auch das stimmt, wenn Sie einen Satz haben mit zwei Aussagen, mit zwei Behauptungen und Sie haben Quellen, die jeweils eine von diesen beiden Sachen belegen, dann müssen Sie unbedingt die Quellen exakt setzen. Also die müssen dann so gesetzt sein, dass klar ist, welche von beiden Aussagen gerade belegt werden. In dem Fall hier, nach der ersten Aussage kommt die 1 und das heißt, okay, diese Aussage, dass Titan der größte Mond des Planeten Saturn sei, die wird belegt mit dieser Quelle und die hintere Quelle hier, die wird belegt mit der 2, also mit dieser Quelle. So ist gewährleistet, dass jeder immer weiß, okay, welche Fußnote steht für was. Hier unten nur noch mit einem Komma stattdessen formuliert, damit Sie sehen, auch mitten im Satz kommt die Fußnote nach allen anderen Satzzeichen. So wie die Fußnote am Ende nach dem Punkt kommt, kommt die hier nach dem Komma. Was Sie hier also auf gar keinen Fall machen dürften, ich mache es jetzt mal, aber bitte tun Sie das nicht, wäre hier irgendwie beide Quellen ans Ende zu setzen, obwohl jede von denen nur eine der beiden Aussagen belegt. Jetzt sieht es gerade eben hier so aus, als ob beide Autoren auch beide Sachen sagen. Das stimmt ja nicht. Deswegen bitte nicht, wenn Sie individuelle Aussagen belegen, müssen die Fußnote exakt sitzen. Und das vergleichen wir jetzt aber mit dem Fall, wenn Sie immer noch zwei Aussagen haben, aber Sie haben das aus einer einzelnen Quelle, die beide Sachen sagt. Das ist der nächste Fall. Klick, ja. Also hier der gleiche Satz wie gerade eben oben, aber wir tun jetzt mal so, als würden diese beiden Aussagen, die hier drin sind, dass er der größte ist und dass er diese flüssigen Seen hat, dass die beide in dieser Quelle von diesem Guter drinne stünden. In diesem Fall brauchen Sie jetzt keine zwei Fußnoten mehr. Diese Eins, die steht hier am Ende von diesem Satz und da ich keine andere Fußnote hier sehe vor dieser Aussage, muss ich als Leser oder kann ich als Leser jetzt davon ausgehen, dass dieser komplette Satz durch diese Eins belegt wird. Das ist die übliche Vorgehensweise. Es gibt jetzt die sehr viel seltenere und härtere Auslegung vom Zitieren, dass Sie für jede einzelne Aussage eine Fußnote setzen. Das gibt es. Aber wie gesagt, wir gucken uns heute an, was üblich gemacht wird. Und üblich ist es, dass wenn Sie hier nicht wechseln, wer da gerade spricht, wenn Sie nicht wechseln, wer hier gerade eben Quelle ist, dann reicht es auch, wenn Sie nicht hinter jeder Aussage, sondern immer nach den Sätzen die Fußnoten setzen. Und nicht mal da. Wir gucken uns später noch an, wie Sie es vielleicht sogar nur am Ende von jedem Absatz hinkriegen. Gut. Das ist direkt die nächste Sache, nämlich wir haben viele Sätze, wir haben viele Behauptungen und wir haben eine einzige Quelle. Schauen wir uns den Teil an, weil da kommen normalerweise die meisten Fragen von Ihnen. Bevor wir da jetzt aber noch reingehen, spätestens am Ende vom Absatz erwartet man von Ihnen eine Fußnote. Also wenn Sie jetzt, wenn Sie Enter drücken, dann entsteht Ihnen ja diese leichte Lücke zwischen zwei Textpassagen und spätestens da brauchen Sie immer eine Fußnote, weil Absatzende heißt eben Gedankenende spätestens. Da muss was sitzen. Alles andere ist Kulanz. Ihre Lehrkraft kann sagen, ja okay, du schreibst hier gerade eben deine Arbeit über Shakespeare und ich weiß, dein komplettes Kapitel 2 geht über Shakespeare's Werk so und so. Schreib nur einmal am Anfang, dass es von Shakespeare jetzt alles sein wird und dann braucht man keine weiteren Fußnoten mehr. Das kann die Lehrkraft sagen, aber üblicherweise gilt das noch nicht. Das ist Kulanz. Deswegen Sicherheitshaber spätestens am Ende des Absatzes. Und wir gucken uns jetzt eben einen Absatz an, wie man das machen kann. Das hier ist die handwerklich einfachere Variante und wir sehen nachher noch eine andere Variante, aber ich scrolle mal noch nicht so tief. Und bei der handwerklich einfachen Variante, bei der handwerklich einfacheren Variante sehen wir, dass einfach am Ende von jedem Satz eine Fußnote sitzt. Ich habe die jetzt mal zum besseren Verständnis Galper vorgehoben, dass man die sieht. Wir haben drei Sätze in diesem ganzen Absatz, deswegen drei Fußnoten, drei Quellen, alles wunderbar. Das ist einfach, so wird es üblicherweise gehen. Das ist nicht so schwierig, aber manche von Ihnen stören sich jetzt, dass Sie dann wirklich hinter jedem einzelnen Satz eine Fußnote setzen müssen. Je nach Seite kann es dann für 12 oder 15 Fußnoten sorgen. Und das mag dann viel sein. Deswegen gibt es jetzt hier die Variante und Sie müssen sich nicht für eine von beiden entscheiden und die ganze Arbeit überdurchziehen. Sie können beide durchwechseln und auch vermischen. Es gibt jetzt die Variante, dass Sie die Fußnote ersetzen durch eine andere Form von Autorenzuweisung. Was meine ich mit Autorenzuweisung? Das Ziel von jeder Fußnote ist ja, nach der Faustregel, dass wir immer wissen, okay, welche Aussage wird mit was belegt. Wir wissen, für welche, dass der Guter hier für diesen Satz gilt und auch für den nächsten auch für den nächsten. Aber dafür brauchen wir nicht unbedingt eine Fußnote. Wir können das auch erreichen, indem wir den Autor im Text selber zu Wort kommen lassen, indem wir seinen Namen fallen lassen. So wie hier jetzt gerade eben. Jeder weiß, wer hier jetzt spricht. Da braucht es am Ende keine Fußnote. Wenn es hier das Ende vom Absatz wäre, dann klar, bräuchten wir da trotzdem noch eine Fußnote, sonst hat man ja nirgendwo die Quelle. Aber wenn am Ende eh eine Quelle kommt, die für alle Vorangegangenen auch gilt, dann können wir davor durch diese Autoren Zuweisungen erreichen, dass wir keine weiteren Fußnoten setzen müssen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Hier sagt gerade eben der Bibliothekar Timo Guter, er bezeichnet Titan als irgendwas. Okay, gut. Also da spricht gerade der. Im nächsten Satz Guter hält Titan trotz seiner und so weiter und so weiter immer noch der, der gleiche Kerl. Und dann er nennt hierfür zwei Gründe. Auch hier noch nicht, dass der Autor selber spricht dieses Textes, sondern immer noch dieser Guter. Wir haben hier dann auch Konjunktiv. Auch das ist nochmal ein Zeichen für eine indirekte Rede, dass wir hier was wiedergeben, was ihm anderes gesagt hat. Hier auch. Und nur ganz zum Schluss kommt dann einmal die Fußnote, wo er eben gesagt, was das gerade eben die ganze Zeit für eine Quelle war. Und niemand kann ihn hier gerade in den Strick draus drehen und sagen, nö, jetzt weiß ich ja nicht, wer hier spricht. Hier ist ganz klar, da spricht dieser Guter. Und die eine Fußnote reicht hier aus. Das ist jetzt handwerklich schwieriger am Anfang. Sie müssen hier mehr über Formulierungen wissen. Und da mache ich auch mal noch ein Video über Formulierungen. Das hier ist einfacher. Aber ich finde im Wesentlichen, dass das Zweite hier ein bisschen eleganter ist, weil Sie hier sehen, auch wer da spricht. Sie müssen nicht mit dem Auge erst in die Fußnote gehen, um zu wissen, wer da gerade eben dran ist. Also ich habe durch diese Autorenzuweisung einen besseren Überblick, wer eigentlich gerade eben spricht, ohne dass mein Auge springen muss. Von daher, das ist ein bisschen eleganter. Aber Sie müssen jetzt nicht A oder B wählen. Sie können gerne einfach das durchmixen. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass man Fußnoten ersetzen kann durch andere, durch Namensnennungen im Text. Das Gleiche greift jetzt übrigens dann hier bei einer anderen häufigen Frage, die ich bekomme. Ich habe eine Aufzählung und das sind jetzt ein paar Aufzählungspunkte. Brauche ich jetzt hinter jeder Aufzählung, hinter jedem Aufzählungspunkt eine Fußnote? Nee. Wenn Sie drei Aufzählungspunkte haben und die zitieren Sie indirekt aus einem Buch, zur direkten Zitierung kommen wir nachher auch noch, dann können Sie einfach am Anfang den Autor wieder hier fallen lassen und am Ende eine Fußnote setzen, hinter der kompletten Aufzählung und dann weiß jeder, okay, hier fängt es an und hier hört es auf. Die ganze Sache ist schön eingeklammert und wieder niemand kann sagen, man weiß hier nicht, wer spricht. Es ist völlig klar, wer hier spricht. Deswegen brauchen wir nicht hinter jeder einzelnen Aufzählung, hinter jedem einzelnen Punkt hier eine kleine Fußnote. So, und das war der komplette Teil indirektes Zitat. Gehen wir über zu den direkten Zitaten, die sind ein bisschen schneller erledigt, weil da eine Sache ist bei den direkten Zitaten für Sie besser, nämlich, wenn Sie das mal hier das normale, reine direkte Zitat angucken, Sie sehen immer, welcher Teil zitiert wird eigentlich gerade eben. Dadurch, dass es diese Anführungszeichen gibt, ist hier immer klar, von wo bis wo Ihr wörtliches Zitat gilt. Das heißt, Sie haben nie das Problem, dass die Fußnote irgendwie ungenau ist. Ein wörtliches Zitat zur Wiederholung jetzt hat diese Anführungszeichen und es hat hier unten kein Vergleiche dran. Okay, gut, so weit, so gut, das ist das reine, nackige, direkte Zitat. Das ist einfach. Die Fußnote steht nach allen Satzzeichen, so wie sonst auch immer. Aber, wie sieht das Ganze aus, wenn wir sowohl direkt als auch indirekt zitieren? Hier in dem Beispiel habe ich jetzt ein erstes direktes Zitat. Also hier wird direkt, hier wird wörtlich zitiert. Und danach wird von dem gleichen Autor noch eine weitere Aussage getroffen, die wir jetzt indirekt zitieren. So eine Vermengung, die wirkt relativ elegant und fortgeschritten. Das können Sie gerne im Text machen. Aber wenn Sie sowas haben, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie auch tatsächlich an beiden Stellen jetzt eine Fußnote setzen. Wir hatten es gerade bei den indirekten Zitaten, dass ich gesagt habe, wenn die gleiche Person noch spricht, kann man es weglassen, die weiteren Fußnoten und nur eine am Ende setzen, wenn man das klar deklariert. Das wäre hier schon immer noch so. Aber ich finde, dass man es hier trotzdem machen sollte, weil Sie ansonsten ja auch in die Problematik reinkommen. Brauche ich dann hier unten, wenn ich jetzt nur eine Fußnote hätte, einen Vergleiche oder brauche ich keins? Und bevor Sie sich da irgendwie jetzt in den Kopf machen, setzen Sie einfach zwei Fußnoten. Fußnoten, Sie werden eh extrem selten wörtlich zitieren. Also, dass Sie sowas mal machen, das wird sehr, sehr selten im Dokument vorkommen. Und diese eine Fußnote mehr, die können Sie dann auf jeden Fall verschmerzen. Wie sieht dann eine Fußnote bei einem längeren direkten Zitat aus? Genau gleich. Also, das juckt überhaupt nicht. Erstmal, wann machen Sie so ein längeres wörtliches Zitat? Was heißt länger? Länger heißt, wenn Sie etwas haben, das länger als zwei Zeilen ist. Wenn es bis zu einer Länge von zwei Zeilen ist, dann machen Sie nichts Besonderes. Das ist ganz normal in Ihrem Textfluss mit drin. Aber wenn es dann die dritte Zeile anreißt und noch länger wird, ab da werden Sie diese Einrückung üblicherweise machen. Übrigens tatsächlich mit einer Einrückung, mit einem linken Einzug, nicht mit einer Kursivschrift üblicherweise. Also, das hier ist eher Salten. Sehen Sie, Salten, es ist weiterhin linksbündig oder Blocksatz. Und wenn Sie das hier erreichen wollen, noch kurz bevor wir über die Fußnote sprechen, dann benutzen Sie bitte auch eine Formatvorlage, nämlich die Formatvorlage Zitat. Wenn Sie die wählen, ich habe die jetzt hier gewählt und Sie haben gesehen, da ist der Blocksatz jetzt wieder erschienen, dann sieht die vielleicht am Anfang noch nicht perfekt für Sie aus, aber dann stellen Sie die einmalig ein. und ab da können Sie alle längeren wörtlichen Zitate immer durch einen schönen kleinen Klick, Moment, das war mein Fehler, durch einen Klick erreichen. Dass Ihnen die Eins hier groß wird, passiert Ihnen normalerweise nicht. Ich tue hier ja die ganze Zeit diese Fußnoten faken, indem ich nur hochgestellte Zahlen benutze. Das hier ist ja kein wirklicher Fußnotenapparat. Also das heißt, das würde Ihnen nicht passieren. Also, wo sitzt die Fußnote bei einem längeren wörtlichen Zitat? An der gleichen Stelle. Also wieder ganz am Ende hinter allen anderen Satzzeichen. Da ist nichts Besonderes. Und dann noch das direkte Zitat bei Aufzählungen. Also der gleiche Fall wie jetzt oben, rollen wir da noch mal kurz hin bei dem direkten Zitat, bei dem indirekten Zitat. Da war es so, dass wir das nicht wörtlich übernommen haben. Wir hatten da oben den Autor genannt und haben am Ende die Hochzahl hinter allen anderen Passagen am Ende einmal genannt, aber nicht am Ende von jedem Aufzählungspunkt. Und das genau gleiche machen wir jetzt hier beim direkten Zitat. Also falls wir die Abbildung wirklich wörtlich übernommen haben, dann setzen wir wieder den Autor. Wir bringen die Anführungszeichen. Das ist jetzt neu. Bei einem wörtlichen Zitat haben wir eben die Anführungszeichen. Aber ansonsten wieder die Fußnote ganz hinten und die Quelle. Halt ohne Vergleiche, weil es ein wörtliches Zitat ist. Ein direktes Zitat. Bitte probieren Sie nicht, die Anführungszeichen hier vor die 1 zu bekommen, nur weil in der Originalquelle auch eine 1, 2, 3 drin war. Das kriegen Sie nicht hin. Da kriegen Sie Bluthochdruck und es bringt Ihnen nichts. Und es muss auch nicht sein. Also das reicht völlig, wenn es hier anfängt mit dem wörtlichen Zitat. So, das waren indirekte und direkte Zitate. Was wir uns jetzt anschauen, sind, wo werden die Fußnoten bei Abbildungen und bei Tabellen gesetzt und werden sie da überhaupt gesetzt? Brauche ich da welche? Und Sie brauchen nicht unbedingt welche. Ich zeige Ihnen beide Varianten. Davor jetzt aber noch was zum grundlegenden Layout. Ja, genau, das ist es. Wir haben diese Möglichkeit, entweder die Fußnote zu setzen oder sie eben nicht zu setzen. Und ich mache das jetzt hier bei Abbildungsbeschriftungen und danach noch bei Tabellenbeschriftungen. Also Variante 1 bei Abbildungen ist es, dass wir eine Abbildungsbeschriftung mit Fußnote machen und Variante 2 wäre, dass wir eine Abbildungsbeschriftung ohne Fußnote machen. Ich kann eine Fußnote machen, aber ich muss nicht. Wenn ich diese Fußnote setze, dann ist die am Ende von der Beschriftung dieser jeweiligen Abbildung und später auch Tabelle. Ich packe die da hin und dann kommt unten meine Fußnote. Ganz normal. Wenn ich hingegen jetzt sage, okay, ich möchte da keine Fußnote machen, dann schreiben wir anstelle von einer Fußnote unterhalb von der Abbildungsbeschriftung diese Zeile hier hin. Diese Zeile ist mit der gleichen Schriftart wie jetzt auch mein normaler Text geschrieben. Das heißt, das hier ist die Formatvorlage Standard und da drin steht erst das Wort Quelle Doppelpunkt Leerzeichen und dann kommt der gleiche Inhalt wie ich sonst bei der anderen Lösung bei den Fußnoten gehabt hätte. Also die Fußnote wird eigentlich ersetzt durch eine Zeile direkt im Fließtext, wo Quelle Doppelpunkt davor steht. Das ist alles. Diese beiden Möglichkeiten haben Sie und Sie sollten sich für eine von beiden entscheiden. Bei Tabellen ist es das genau gleiche. Wenn Sie Tabellen haben, dann haben Sie entweder eine Fußnote oder Sie haben keine Fußnote mit dran. Wenn Sie eine Fußnote haben, dann ist die wieder an der Beschriftung von der Tabelle mit dran, nur dass eben üblicherweise Tabellen oberhalb von der Tabelle beschriftet werden und nicht unterhalb, so wie bei Abbildungen. Deswegen bringe ich es jetzt hier nochmal separat. Warum macht man die Beschriftung oben? Weil Tabellen im Gegensatz zu Abbildungen über mehrere Seiten gehen können und dann wollen Sie nicht blättern, blättern, blättern und wissen, was das für eine Tabelle ist, sondern Sie wollen oben drüber stehen haben, das ist Tabelle 1 mit allen Saturnmonden und dann wissen Sie, okay, das kommt jetzt also. Aber sonst ist es das Gleiche. Wir haben eine Fußnote am Ende von der Beschriftung und die hat dann den ganz normalen Inhalt oder wenn Sie eben keine Fußnote machen, dann haben Sie statt der Fußnote dieses Quelle-Doppelpunkt-Lehrzeichen in der Formatvorlage Standard, das unter der ganzen Geschichte steht. Nur dadurch, dass jetzt eben die Beschriftung bei Tabellen immer drüber ist, ist jetzt erst die Tabelle und am Ende kommt dann die Quelle von der Tabelle. Das heißt, da hat Sie jetzt was dazwischen geschoben. Aber ansonsten ist das hier identisch. Okay, soviel zum generellen Layout. Warum sollten Sie das eine oder das andere nehmen? Die sind im Prinzip gleichwertig. Die Fußnote ist ein bisschen durchgängiger, wenn Sie Fußnoten haben, aber sie ist auch ein bisschen schwieriger, ein Word zu erreichen. Es gibt einen häufigen Fehler, dass Sie diese Fußnote gar nicht setzen können. Wir kommen dann nachher bei den Word-Fehlern noch drauf. Aber, was jetzt noch häufig gefragt wird zu der ganzen Geschichte und was ich jetzt einfach mit reinbringe, weil es sonst gern gefragt wird, wann habe ich dieses In-Anlehnung an, wann habe ich eigene Darstellung, wie sieht es da aus? Es gibt bei allen Abbildungen und Tabellen nur drei mögliche Fälle. Nämlich die Extremfälle, ich habe etwas inhaltlich voll übernommen oder ich habe gar keine Quellen benutzt. Das sind die beiden Extremsituationen auf Ihrer Skala und inhaltlich übernommen heißt hier, dass Sie es inhaltlich übernommen haben. Es ist dann egal, ob Sie diese Tabelle hier in grün oder in grau Stufen eingefärbt haben oder die Schriftart verändert haben. Das interessiert nicht. Es ist trotzdem inhaltlich voll übernommen. Also die Extrempole inhaltlich voll übernommen oder gar keine Quellen benutzt. Und dann haben Sie alles dazwischen, wenn Sie inhaltlich etwas übernommen haben, aber auch etwas verändert haben. Egal, ob es jetzt 1% Veränderung ist oder 99% Veränderung. Also alles zwischen den Extrempolen ist dann eben die teilweise inhaltliche Übernahme. Wenn Sie etwas inhaltlich voll übernehmen, dann schreiben Sie ganz normal die Quelle hin. Wenn Sie etwas teilweise übernehmen, dann kommt vor die Quelle dieses In-Anlehnung an. Und wenn Sie etwas völlig neu machen und sich auf gar keine Quellen beziehen, also das andere Extrem, dann schreiben Sie entweder gar nichts drunter oder Sie machen dieses eigene Darstellung. Jetzt ich ganz persönlich finde es eleganter, wenn Sie gar keine Quellenangabe dann machen, weil wenn es keine Quelle gibt, dann mache ich keine Quellenangabe. Aber die wasserfestere Variante für Sie ist, dass Sie eigene Darstellung schreiben. Weil dann ist ganz klar, dass Sie hier gerade nicht eine Fußnote vergessen haben oder so, sondern dass das hier einfach jetzt gerade in Ihrem Werk Ihre Darstellung ist. Okay. Was uns zu dem Problem bringt, was ist eigentlich jetzt, wenn ich meine Abbildung, meine Tabelle habe und ich kann da jetzt gar nicht nur eine Quelle drunter setzen, sondern ich habe die aus mehreren Büchern oder Zeitschriftenartikeln zusammengestellt. Also ich habe jetzt ein neues Werk erschaffen und dabei mehrere Quellen. Wie gehe ich da jetzt vor? Und da ist es wieder, so denken Sie daran, was wir vorhin als Faustregel über die Fußnoten gesagt haben. Jede Fußnote soll ganz klar der Behauptung zugeordnet werden, die sie belegt. Und wenn wir jetzt eine Abbildung und eine Tabelle haben, in der mehrere Leute sprechen, müssen wir auch hier wieder zeigen, wer wo spricht. Also wir klappen das aus und wir sehen jetzt hier, da gehen wir ein Stück höher, da haben wir die gleiche Tabelle wie hier, aber statt, dass da nur noch dieser Shepard spricht, der übrigens tatsächlich die Quelle für das hier ist, haben wir jetzt da noch den ominösen Guter wieder mit drin, der dann noch irgendwie seinen Senf mit dazu abgibt. und ich weiß hier in dieser Tabelle wunderbarerweise immer, wer wo spricht, weil ich in der Spalte jetzt hier drinstehen habe, okay, das ist der Shepard und in der Spalte, da spricht dieser Guter. Und ich habe dann am Ende natürlich wieder die ganz normale Quellenangabe auch. Also ob ich die jetzt mit einer Fußnote mache oder wieder mit Quelle Doppelpunkt, das ist egal und die habe ich auch weiterhin drinne. Aber zusätzlich zu dieser Quellenangabe, die mir an sich ja noch nicht sagen würde, welchen Teil der Tabelle ich mit was jetzt belege, habe ich eben auch da drinne noch die Angabe, wer welchen Teil schreibt. Und in meinem Fall ist es jetzt hier zum Glück möglich gewesen, das einfach über die Spaltenüberschrift zu deklarieren. Wenn ich jetzt pro Zelle tatsächlich eine neue Quelle habe, dann müsste ich natürlich pro Zelle irgendwie die Quelle einfügen, damit ich da eben weiß als Leser, okay, da ist jetzt das von dem und da ist es von dem und so weiter. Wenn es aber pro Spalte oder pro Zelle geht, dann klar, mache ich es einfacher. So wenig wie möglich, aber dass es eben immer noch alles eindeutig ist. Gut. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich die Word-Probleme. Und darin haben wir die folgenden vier Sachen vor. Sie können das kurz anlesen. Wir gucken uns da jetzt an, wie man das live in Word demonstriert und wie man das jetzt auch löst. Und starten wir mit, doch, wir nehmen direkt die erste. Die beziehen sich aber zum Teil aufeinander, das werden Sie sehen. Also. Wenn Sie eine Abbildung haben und Sie möchten da drunter eine Fußnote setzen, in die Abbildungsbeschriftung, dann läuft es im Optimalfall so, dass Sie das können, dass Sie gar nichts davon merken, dass Sie glücklich bleiben. Das heißt, Sie gehen auf Verweise oder Referenzen, je nach Word-Version und Sie gehen auf Fußnote einfügen und es passiert. Es funktioniert. Es mag aber sein, dass es nicht geht. So wie jetzt hier in diesem Fall. In diesem Fall hier gerade eben, da haben wir, Sie hatten gerade eine Fußnote gesehen und ich zeige Ihnen gleich, wie Sie die hinkriegen. Aber wenn Sie jetzt hier gerade eben eine Fußnote einfügen möchten, normalerweise, dann geht es nicht. Sie können hier nicht auf Fußnote einfügen klicken, es ist ausgegraut. Warum? Weil Sie hier einen Textkasten haben. Also dieser böse Textkasten hindert Sie daran, eine Fußnote zu setzen. Und warum haben Sie den jetzt? Warum haben Sie hier diesen Kasten und Sie haben ihn hier nicht? Das liegt darin, was für einen Textumbruch Sie gewählt haben bei Ihrer Abbildung. Diese Abbildung hier, wenn man da drüber geht, kommt hier dieses Symbol mit dem Textumbruch, die Layeredoption, die ist mit Text in Zeile. Und das ist die einzige Textumbruchfunktion, bei der tatsächlich auch dann das Bild, wie jeder andere normale Buchstabe, auch mit dem Text in der Zeile ist, sich wie ein Buchstabe verhält, sich auch verschiebt, wenn man jetzt hier Enter drückt und wo dann eben auch die Beschriftung wie jede normale Zeile eine Zeile darstellt. Und normale Zeilen können Fußnoten. In jeder anderen Konstellation, wenn Sie jetzt hier einen anderen Textumbruch wählen, so wie jetzt hier diesen da, Quadrat, wo ich daneben noch schreiben könnte. Also hier kann ich schreiben, das kann ich oben nicht. Das ist schön und gut, aber wenn Sie so eine frei bewegliche Abbildung haben, dann haben Sie auch eine frei bewegliche Beschriftung und die kann eben, dieser Kasten, der kann keine Fußnoten. Okay, wie kommen Sie jetzt da drum herum? Zwei Möglichkeiten. Die saubere Variante wäre, dass Sie die Beschriftung erst einfügen mit, oder dass Sie die, dass Sie die Abbildung, Entschuldigung, erst einfügen mit der Layeredoption mit Text in Zeile. Das können Sie entweder über dieses Symbol oder mit Rechtsklick Textumbruch mit Text in Zeile. Dann machen Sie im nächsten Schritt die Abbildungsbeschriftung rein. Das ist dann eine schöne Zeile, die eine Fußnote kann. Und danach können Sie hier nochmal umstellen. Sie können danach täglich den Textumbruch ändern. Jetzt verschiebt es mir wahrscheinlich alles. Und trotzdem bleibt das hier eine schöne normale Zeile, die eine Fußnote kann. Und Sie können das jetzt aber so hinschieben, wie Sie es haben möchten. Das heißt, Text in Zeile einfügen, Beschriftung einfügen, danach nachträglich abändern. Die hier bekommt nichts davon mit. Alternativ, und das ist jetzt eine unsaubere Variante und da mag es Ihnen die Zähnägel aufrollen, aber wenn Sie jetzt am Ende von Ihrer Arbeit sind und Sie haben Angst, dass es Ihnen alles verschiebt und was weiß ich, und Sie wollen hier einfach nur bitte, bitte eine Fußnote hinbekommen, dann können Sie die jetzt faken. In der größten Not können Sie das machen. Wie faked man eine Fußnote? Na ja, Sie gucken, okay, welche Fußnote brauche ich gerade eben? Okay, wir haben jetzt hier gerade eben Fußnote 1, das heißt, wir bräuchten hier die Fußnote 2 meinetwegen. So. Und dann tun wir die hier hochsetzen. Wir gehen auf Start. und setzen die hier, da wo Fett und Kursiv und so weiter ist, nach oben und jetzt zieht die schon aus wie eine Fußnote. Und ich weiß, das ist unsauber, aber wenn Sie jetzt gerade eben wirklich in den finalen Zügen sind und nur einen schnellen, dreckigen Fix wollen, dann, schneller, dreckiger Fix, klingt falsch, dann können Sie es so machen. Jetzt haben Sie natürlich noch keine Fußnote. Die machen Sie jetzt woanders, auf der gleichen Seite noch, zum Beispiel hier. Da fügen Sie in Ihre Fußnote ein. Zack. Hier ist die Fußnote. Und die hier soll jetzt ja nicht mehr sichtbar sein und das erreichen Sie, indem Sie ganz stupide jetzt auf Schriftfarbe weiß umstellen. Ich weiß, das ist nicht sauber und ich finde es auch nicht besonders elegant gerade eben, aber wenn Sie schnell was, eine Lösung brauchen, dann können Sie es noch so machen. Ich will ganz ehrlich sein und ich will Ihnen so etwas zeigen. Ansonsten ist es besser, wenn Sie von Anfang an sauber arbeiten. Okay. Gucken wir uns den nächsten Fall an, nämlich was machen wir, wenn die Fußnote und Zellenabstände viel zu groß sind. Dann gehen Sie in die Formatformerlage Fußnotentext und stellen den Zeilenabstand und den Abstand vor und nach ein. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Ich zeige Ihnen vorher noch, dafür muss ich die hier noch mit aufklappen, wie Fußnoten überhaupt aussehen, wenn das Ding zu groß ist, was wir hier gerade meinen. Also wir haben hier zwei Fußnoten und Sie sehen, wenn ich die markiere, alles das, was mit grau wird, das ist noch irgendwie der Abstand, den die Zerber noch mitbringen und der ist viel zu groß. Wir haben hier viel zu viel Platz, den wir verbraten. Da können jeweils noch eine Fußnote mitten reinpassen. Dass die Trennlinie hier soweit oben ist, das passt man im nächsten Problem separat noch an. Das ist aber was anderes. Wir können uns erst mal darum, dass diese beiden Fußnoten viel enger zusammenkommen. Und dafür klappen wir wieder die Formatvorlagen aus. Wir brauchen hier jetzt die Formatvorlage Fußnotentext. Gehen wir dann mal hin zu F. Fußnotentext. Falls Sie die hier jetzt nicht sehen, gehen Sie bitte auf Optionen und stellen sicher, dass Sie alle Formatvorlagen in alphabetischer Reihenfolge sehen. Und diesen Fußnotentext ändern wir jetzt. Wir gehen da drauf und sagen ändern und müssen zu Format und darin zu Absatz. Okay. Und da gibt es jetzt drei Stellschrauben. Die erste Stellschraube hier, der Zeilenabstand. 1,5 Zeilen ist unüblich. Sie haben normalerweise einfachen Zeilenabstand. 1,5-fach bedeutet, dass eine Fußnote, die eigentlich die Schriftgröße 10 hat, das 1,5-fache an Raum einnimmt. Also es sich so verhält wie eine Zeile mit der Schriftgröße 15. Das wollen Sie nicht. Und dann, der Abstand, der ist hier gerade eben noch davor mit 6 Punkt und danach mit 12 Punkt eingetragen. Also da ist noch eine unsichtbare 6 Punkt Zeile drüber und eine 12 Punkt Zeile drunter quasi. Den nehmen Sie hier auch raus. Auch das ist unüblich. Das hier ist die Paradeeinstellung für Fußnoten, dass die so klein wie möglich sind. Und wenn wir das machen, sehen Sie, wie die eigentlich nahe beieinander sind. Und das passt jetzt. Also die beiden sehen jetzt gut aus. Das Einzige, was uns jetzt hier tatsächlich noch stört, ist eben diese Trennlinie, dass die so ekelerregend weit oben ist und uns viel Platz auf jeder Seite frisst. Warum ist das so? Schalten wir mal hier dieses Zeichen ein, dass wir alle Zeichen erkennen können, auch die Enter-Zeichen. Also das hier ist ein Enter. Und wir sehen hier drei überflüssige Enter-Zeichen. Also aha, okay, gut, das sind drei Enter-Zeichen. Wunderbar, dann nehme ich die raus. Sie können da aber nicht rein. Also Sie können hier klicken, wie Sie wollen und egal wie hohe Blutdruck jetzt geht, Sie kommen da nicht an dieser Stelle dran. Wie kommen Sie da dran? Moment, ich klappe mal hier die Formatvorlagen wieder zu. Und wir sind jetzt gerade eben hier bei diesem Problem. Der Fußnoten-Trennstrich ist zu weit oben. Und da habe ich es nochmal runtergeschrieben, wie das geht. Und ich führe das jetzt mal live aus, dass Sie das sehen. Damit Sie diesen Fußnoten-Trennstrich editieren können, müssen Sie was relativ Unintuitives machen, aber es ist im Prinzip sehr schnell erledigt, wenn man weiß, wo man klicken muss. Im ersten Schritt gehen Sie auf Ansicht. Dann stellen Sie um auf die Entwurfsansicht. Und dann, sobald Sie die Entwurfsansicht haben, gehen Sie auf Ihren Reiter Verweise oder Referenzen, je nach Word-Version. Und hier bei diesem Reiter haben Sie, da wo auch die Fußnoten sind, diesen kleinen Kasten Notizen anzeigen. Den klicken Sie an. Und jetzt werden Ihnen alle Fußnoten im ganzen Dokument schön untereinander dargestellt. Das können Sie später auch mal noch brauchen bei dem nächsten Problem, das wir hier haben. Aber uns geht es gerade gar nicht so arg um die Fußnoten, sondern es geht uns um die Fußnoten-Trennlinie. Die kann man hier nämlich jetzt einstellen. Wir wechseln zu der hin und hier sehen wir jetzt diese drei Enter und wir haben jetzt endlich auch einen Cursor. Wir können hier bearbeiten. Wir können hier sagen, jawohl, löschen, löschen, löschen. Und jetzt hat diese Fußnoten-Trennlinie nicht mehr diese blöden zwei, drei, vier Enter-Zeichen drunter. Ab jetzt können wir das Ganze schon wieder schließen und wir können bei Ansicht zurückgehen auf unser normales Seitenlayout. So, und jetzt sehen Sie hier gerade eben, dass die Fußnoten-Trennlinie schön nahe dran ist an ihren ganzen Fußnoten. Okay. Machen wir auch dieses Zeichen hier wieder aus, dass wir quasi die Druckansicht sehen. So sieht es dann nachher im Gedruckten aus. Das passt alles. Okay. Dann letzter Fehler, den man im Word jetzt haben kann. Oder letztes Problem, das man im Word haben kann, besser so gesagt. Wie kann ich den Fußnoten-Text einrücken? Sie sehen das manchmal bei Leitfäden von Lehrkräften, dass die verlangen, dass die Fußnoten alle einheitlich irgendwo anfangen. Und einheitlich irgendwo anfangen bedeutet, dass wir jetzt hier die Zahlen von einstellig auf zweistellig hoch ticken, also die Fußnote 9 zu Fußnote 10, dass dann der Text nicht auf einmal weiter drüben ist. Und bei 100 auch noch nicht. Und wie kriegt man das hin? Indem man einen Tab-Stop definiert. Ich habe den gerade eben hier schon. Wie wirkt sich der aus? Ich nehme jetzt mal noch kurz raus und ich erzeuge ihn erstmal nur noch mal. Ich nehme ihn erst kurz raus. So, also jetzt, so sieht es bei Ihnen aus, da ist kein Tab-Stop drin. Der Tab-Stop ist derjenige Stopper, der, wenn Sie die Taste Tab drücken, die Tabulator-Taste, ich klappe die mal hier kurz auf, die sieht so aus, diese Tabulator-Taste, und die finden Sie auf Ihrer Tastatur links über der Feststell-Taste, der Großschreibtaste. Wenn Sie die Tabulator-Taste drücken, dann können Sie um einen fixen Betrag einrücken. So wie jetzt hier, ich drücke auf Tabulator, zack. Jetzt ist es nur leider ein bisschen arg viel. Der ist standardmäßig bei 1,25, der Tab-Stop der erste. Das heißt, das bringt uns hier noch gar nichts. Wenn wir jetzt aber da einen anderen Tab-Stop definieren, dann können wir sagen, okay, spring hier bitte immer zu 0,5 zum Beispiel. Und das machen wir jetzt. So wie ich es gerade eben schon hatte. Wir gehen auf Fußnotentext, die Formatvorlage, falls Sie gerade eben erst ins Video reingesprungen sind, wie kriegt man die Formatvorlagen, indem man hier auf dieses Symbol draufklickt. Fußnotentext dann hier auf Ändern und da drin dann auf Format und auf Tab-Stop. Hier definieren wir jetzt erst mal, wo der Tab-Stop sein soll. Den wollen wir bei 0,5. Dann sagen wir davor, bevor wir den einstellen, jetzt auch noch, wo soll die Ausrichtung des Textes sein? Also wo soll der Text weitergehen, wenn er den Tab-Stop erreicht hat? Linksbündig. Also wenn der Text nachher am 0,5 eingedrückt wird, dann fängt er da linksbündig an und nicht irgendwie zentriert oder rechtsbündig. Okay, das passt also. Und wollen wir Füllzeichen? Nein, wir wollen ohne Füllzeichen. Dass Sie diese Füllzeichen haben, so wie diese Punktelinie, das sehen Sie oft im Inhaltsverzeichen. Das ist zwischen Ihrer Kapitelüberschrift und dann den Seitenzahlen sind ja diese Punkte. Auch das sind eben Tab-Stops mit so Füllzeichen. Aber in diesem Fall wollen wir keine Füllzeichen zwischen der Fußnotenziffer und dem Anfang vom Text. Deswegen ohne. Okay, die drei Einstellungen sind da. Jetzt machen wir Festlegen und 0,5 ist von mir jetzt willkürlich. Sie können da auch eine leicht andere Zahl nehmen. Machen wir OK. Machen wir OK. Und jetzt haben Sie hier diesen kleinen Tab-Stopp. Der hat jetzt erstmal noch keine Auswirkungen, aber er wird dann sich auswirken, wenn Sie jetzt Tab drücken, also die Tabulator-Taste. Ich drücke mal und Sie sehen, dass jetzt alles hier sich bündig verhält mit diesem Tab-Stopp hier oben. Also es ist es eingerückt um 0,5. Wir haben also den ganzen Vorgang jetzt halb automatisiert. Sie müssten jetzt ja noch in jede einzelne Fußnote reingehen und überall Tab drücken. Das ist ein bisschen friemelig, weil Sie jetzt ja durch tausend Seiten durchscrollen müssen. Müssen Sie nicht. Sie können es sich leichter machen, indem Sie jetzt auf die Ansicht Entwurfsansicht wechseln. Also Sie klicken auf Entwurf und dann gehen Sie auf Verweise oder Referenzen, je nach Word-Version und klicken hier auf dieses kleine Symbol Notizen anzeigen. Da waren wir vorhin schon mal, wenn Sie da beim Video schon dabei waren. Und da kann man umstellen zwischen verschiedenen Optionen. Wir brauchen hier alle Fußnoten, weil da sehen Sie alle Fußnoten im ganzen Dokument hintereinander, nicht mehr auf den einzelnen Seiten. Und das ist jetzt irre praktisch, weil der Tab-Stopp, der greift trotzdem. Sie gehen da jetzt her, klicken da rein, drücken Tab, klick, Tab, Klick, Tab, Klick, Tab, Klick und so weiter. Und dann haben Sie ruckzuck Ihre 7253 Fußnoten durchgetappt. Auf jeden Fall schneller, als wenn Sie es über die einzelnen Seiten machen. Und am Ende machen Sie das Ding wieder zu und Sie wechseln wieder bei der Ansicht zurück in Ihr Seitenlayout. Und dann haben Sie wieder das normale Layout, wo die Fußnoten bei jeder einzelnen Seite unten angezeigt werden. So. Übrigens, falls Ihre Seitenzahl, komme ich gerade noch drauf, zu nahe an Ihren Fußnoten, das ist ein Bonus-Fact, dann können Sie hier, also wenn es so wäre, dann doppelklicken Sie in die Fußnote und hauen da noch mal ein Enter rein bei der Seitenzahl davor. Dann können Sie steuern, wie viele Abstände Sie vor dem Fußnotenapparat haben wollen. Doppelklick raus und dann machen wir das zu. Das war es im Wesentlichen mit diesem Video jetzt gerade eben. Ich habe noch den letzten Punkt hier gerade mit weiteren ähnlichen Videos und ich ordne die kurz ein. Wenn Sie zum Thema Word noch nicht wirklich Bescheid wissen, wenn Sie den Schnellkurs Word hier noch nicht gemacht haben, den ich gezeigt habe, über 30 Minuten, dann lege ich Ihnen den wirklich ins Herz. Also wenn Sie ein Video angucken von mir jetzt noch, das Sie noch nicht kennen, dann den Schnellkurs Word. Word kann Ihr Freund sein, aber es muss nichts Fieses sein. Dann, falls Sie noch Anhänge haben und nicht wissen, wie es solche ausstellen wird, ob die im Inhaltszeilen kommen müssen, wie man die zitiert, wie man den elektronischen Anhang auf einer CD macht, das schildere ich da. Und falls Sie zum Thema Zitieren an sich noch Fragen haben, da empfehle ich Ihnen, gucken Sie sich das Video zu Citavi 6 an, falls Sie einen Windows-Rechner haben. Das Programm ist gratis und Sie können damit automatisch zitieren. Das nimmt Ihnen unglaublich viel Arbeit ab. Falls Sie einen Mac haben, dann können Sie Endnote benutzen in der X9-Variante oder auch Endnote 20. Das ist egal. Endnote 20 hat die gleichen Funktionalitäten wie X9, da ist nichts Neues dazugekommen. Endnote ist aber leider nicht kostenfrei. Sonst nutzen Sie auch gern Zotero, da habe ich nur kein Video dazu. Falls Sie Gesetze und Verordnungen zitieren müssen und nicht wissen, wie das geht, weil es in der Jura immer ein bisschen schwieriger ist, da habe ich ein extra Video dazu. Und falls Sie mal ein Zitat haben, das Sie gern benutzen wollen, aber es ist in dem Buch, das Ihnen vorliegt, auch schon ein Zitat, da habe ich ein kurzes Video über drei, vier Minuten, das Sie sich da noch anschauen können. Alle Sachen hier finden Sie in dem Word-Dokument, das Sie ja unter diesem Video runterladen können. Und wenn Sie das klicken wollen, machen Sie quasi Rechtsklick und sagen Hyperlink öffnen, dann kommen Sie direkt zu dem Video. Gut, das wäre es von meiner Seite. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, jetzt zum Thema Fußnote oder zu etwas Ähnlichem, dann schreiben Sie gerne einen Kommentar hier unten in das Video rein. Ich kriege zu jedem einzelnen Kommentar eine E-Mail. Ich werde also benachrichtigt, ich werde es sehen, ich werde Ihnen antworten auf jeden Fall. Nutzen Sie die Kommentarfunktion. Das kann man machen, wenn man ein kleiner YouTube-Kanal ist. Falls aber keine Fragen offen bleiben, dann wünsche ich Ihnen einfach viel Erfolg beim wissenschaftlichen Schreiben. Ich hoffe, jetzt geht es Ihnen leichter von der Hand und vielen lieben Dank, dass Sie zugeschaut haben. Tschüss.